Leute, ich melde mich nur ganz kurz zu einem ganz winzigen Toiletten-Talk. Ein ganz kurzer. Ich wollte mich nur ganz kurz beschweren, dass ich... Also eigentlich muss ich mich dafür nicht beschweren, aber ich habe halt erst so einen Freilust beim Two-Headed. Und das bedeutet halt, dass man eine Stunde rumsitzt und nichts macht. Zum Glück hat man immer noch seinen Partner, mit dem man irgendwie ein bisschen zocken kann und so, aber es ist halt irgendwie scheiße. Also ich finde es halt doof. Und deshalb wollte ich nur ganz kurz hier dagelassen haben. Ja, macht's gut. Tschüss.